Ich bin nach der Arbeit am Sonntabend einfach mal losgefahren und war am Teerofen und an der Palt-Rock-Windmühle in Öppelhain. Hätte man auch eine Führung mitmachen können, aber da hätte ich ihn anrufen müssen, der dann herkommt. Und für eine Person hätte er die wahrscheinlich nie gemacht. Wenn, dann muss man sich mal mit mehreren Leuten verabreden. Oder man kann, wenn mehr Betrieb ist. Ich war der Einzige jetzt hier. Ja, danach bin ich dann weitergefahren zum Großrechner See. Da habe ich euch ein bisschen nachverfolgt, was bei den U-Boot-Terrassen und so los ist, wie der See langsam vollläuft. Mittlerweile ist der Hafen mit Wasser freigelaufen und stehen auch schon Boote drin. Und jedenfalls auf meiner Weiterfahrt dahin, stand ich oder vor ich plötzlich hinter diesen drei Retro-Campern. Und als ich dann mitgekriegt habe, die fahren weiter als Großrechen. Da kam ich nicht umhin, einfach mal hinterher zu fahren und die an passender Stelle zu überholen und mal die Kamera rauszuholen. Ja, grüße gehen raus an die Camper. Und ja, guckt mal meine Videos, abonniert meinen Kanal. Schönen Dank und tschüss. Ja, grüße gehen raus an die Tieren, die haben da ich filmiert. Ja, ja, die Tieren haben da ich filmiert. Ja, grüße gehen raus an die Tieren, die haben da ich filmiert.